okay also ich hätte hier unten lang gehen können ich glaube nicht dass ich mich hätte sie durchbacken sollen wir können erst mal hier lang um oh dankeschön bleib mal da ist er noch da ja dankeschön okay hi wer bist du du bist diese kleine fee ihr kennt mich ist nicht sicher okay mach den ofen an okay wie wieso wir helfen dir wir sind nur arbeiter und wir tun dir nichts wo sind die kohlen ah ich muss erst mal nach oben okay warte ich gebe dir kohlen eine sekunde bitte oh no ähm planen rum also wo witte wie dich hier hier es hier Bevor das voll ist, passiert doch irgendwas. Warte mal, wir haben Kohle. Ah Kohle, Feuer, Luft, 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 Luft. Feuer. Okay. Oh, ne, da sollte ich vielleicht nicht rein springen. Hoi. Noch vier Schmettersprünge. Ach, Schmettersprünge, nicht Schmetterlingssprünge. Lord, das habe ich ja die ganze Zeit falsch gesagt. Nur wenn im Ofen Feuer brennt. Okay. So, jetzt ist der Ofen an. Schnell zurück, schnell, schnell, schnell. Dankeschön fürs Helfen. Ich frage mich, wobei er geholfen hat. Ja, ich habe es geschafft. Um zu meine Arme und diese Türme zu gelangen. Wenn das Slot-Rätsel im ersten Stock gelöst, wird die Kette gesperrt. Ich muss vorher in den zweiten Stock. Ich springe zunächst auf dem Hebel dort einzuschalten. Okay. Und hier komme ich wahrscheinlich nicht einfach so hin. Hui. Oh mein Gott. Okay, das ist... Ich muss weniger. Oh Gott, oh Gott. Das ist echt Millimeterarbeit. Oh Gott. Oh Gott. Um. Ah. Nee. Achso, ich sollte da vielleicht auch einfach nur durch. Äh, oh. Oh? Oh, nö. Oh, nö. Oh, ich hätte beinahe einfach durchgleiten können. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No. Äh, da hoch, nö. Oh. Ui, ui, ui. Nein. Oh, das ist ja fies. Oh. Wo bin ich? Ah, da. Äh, aber ich bin doch vorhin auch einfach hochgekommen, oder? Okay, 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 okay. In oben. Oh. Oh, Gott sei Dank. Äh, und was muss ich machen? Mm-hmm. Ah, okay. Oh. 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 Oh und was machst du hier aber du machst nur das okay nice sehr schön warte ich muss doch kurz sein dann dann arm wieder hoch packen oh sorry okay ich muss nach oben wahrscheinlich ne ja okay dieses segment erinnert mich jetzt so an jesus reise oder an hier an das das wandelnde schloss mit dem mit dem zauber schloss oh gott sei dank oh oh ui ist er das gleiche wahrscheinlich ne ach du meine güte ach du meine güte so das ging schnell als das andere oh oh yay und jetzt bist du lieb oder bist du böse hi vielen dank oh er ist lieb okay wir waren umzingelt frau marienkäfer irgendwann haben sie mich besiegt öö uuuh ooo ooo o oo ooo oo ooo ooo